Es geht weiter mit Super Mario Bros. 35. Heute wieder im 35-Spielerkampf und im Spezialkampf. Mit wann soll ich anfangen? Zuerst mit den täglichen Aufgaben. Ah, also gehen wir zuerst mal in den 35-Spielerkampf, denn ich will Kohle haben. Dann, es fehlen uns nur noch zwei Level, damit wir sie freischalten. Und ja, wie wir sie freischalten, das werden wir irgendwann mal erfahren. Oder werden wir, obwohl wir wissen, wie wir sie schon freischalten, aber werden wir sie freischalten? Das ist die Frage hier. Und die will ich jetzt klären. Aber in diesem Part werde ich sie wahrscheinlich nicht schaffen zu klären, weil, ja. In diesem Part wird so oder so alles für mich scheiße laufen. Also stelle ich mich mal auf Betrug ein. Und ich muss meinen Speicherplatz. Oh Gott, bin ich dumm. Ich habe die Steuerung verwechselt. Oh Gott, bin ich dumm. Ich bin ein Vollidiot. Aber wer soll's? Wer soll's? Ich habe den Steuerkreuz mit dem Analog-Stick verwechselt. Passiert mal nicht mal, wenn man viel zu viele News-Formate aus Jude Deluxe spielt. Mit dem Analog-Stick, yay. Obwohl es Spaß macht. Auf meinen Konsolen, obwohl ich die Wii U nicht besitze. Aber die Wii U muss sie ja nicht kennen. War eine scheiß Konsole. Wurde so oder so von dem Gamecube abgeschaut. Von der Kombination von Gamecube und Gameboys wurde die Wii U abgeschaut. Also, da müsst ihr nicht vieles kennen. Ja. Aber ich will diesen Stern hier kennen. Leck mich! Ich will diesen Stern hier kennenlernen. Um meine Mitspieler in den Abgrund zu stürmen. Ach Gott. Was habe ich da geschafft? Keine Ahnung. Wir spielen nochmal. In keiner Ahnung welchem Kurs. 1-2 ist rausgekommen. Mal sehen, was kommt raus, wenn alle Spieler entscheiden. Aber es kommt bestimmt 1-1 raus. Ich wette auf 1000 Euro, dass 1-1 rauskommt. Habe ich doch gesagt. So könnt ihr jede Wette hier gewinnen. Das ist mein Tipp. Also wettet mit jemandem auf 10.000 Euro und dann gewinnt ihr hier die Wette. Also, wenn jemand mit mir wetten will, dann bin ich gerne dazu und sage das immer im 35-Spielerkampf. 1-1 als allererstes kommt, egal was man wählt. Auf wie viel Wette könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben oder in irgendein irgendwo. Und das Geld könnt ihr mir per Sofortbeweisung oder per Rechnung oder per Lastschrift, obwohl es Lastschrift und Rechnung nicht dasselbe, keine Ahnung. Und so weiter und so fort liefern. Oder per Post, obwohl per Post dort ist geklaut. Natürlich! Ein Fehler bei der Tatenübertragung. Wie geil ist das? Ich habe kein Internet. Stimmt's? Ich habe kein Internet. Stimmt's? Wird wir gleich sehen. Ja, wir sehen uns also gleich. Da bin ich zurück und es beginnt sofort ein Spiel, weil das Spiel wartet nicht auf mich. Ja, und ich musste von meinem Netzwerkgerät so schnell es geht zu meinen Aufnahmestudio-Rennen das Switch ins Dock stecken, schnell das Headset anziehen und schnell den Controller schnappen und die Aufnahme starten. Hö. Ausschätzung. Und jetzt sind wir hier im 35-Spielerkauf und versuchen die 1 zu holen. Was war das denn für ein komischer Kommentar? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber was soll ich? Ich weiß nicht, worüber ich lache, aber ich lache über irgendwas. Aber über was? Frag mich bitte nicht. Frag mich bitte nicht, über was ich lache. Wird wahrscheinlich irgendwas dummes sein. Obwohl, über was lache ich. Ich frag mich das selbst. So, ich hab schön viele Gegner gekillt. Jetzt muss ich noch viele Gegner killen und hier den Sprung perfekt machen. Bei mir steigt der Puls immer auf 200, wenn ich diesen Sprung mache, aber das ist, glaube ich, normal hier bei diesem Spiel. 1,4 gibt es leider nicht, dann gehe ich halt in 1,1. Es sind noch 19 Spieler übrig. So, 17. Also 16 ohne mich, 17 mit mir. Obwohl ich auch ein Spieler bin, also sag ich mal 16 Spieler. Naja, come on. Ich werde jetzt nicht die Lootbox zünden, weil hier kriege ich ja sofort eine Feuerblume, die ich vielleicht auch verliere. Nein. Nein, 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 die verliere ich nicht. Die ich ver... Halt deine Schnauze. Äh, äh. leck mich. Jetzt zünde ich über eine Lootbox und hoffe auf eine Feuerblume. je, danke. Danke Spiel. Für diese Großzügigkeit. Und ich habe hier 100 Sekunden und dann sind noch vier, zehn, nee, nicht vier, zwölf Spieler übrig. Und dieses Level kommt, glaube ich, ganz selten im 35-Spieler-Kampf. Es kommt eher mehr, es kommt eher mehr, nee, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Es kommt mehrfach in dem Spezialkampf, den wir noch spielen werden, aber nicht im 35-Spieler-Kampf. Oder im 35-Spieler-Kampf. Und ich zünde meine Lootbox. Dieses Level kommt natürlich oft vor, weil das mich triggert. Trigger-Button ist dieses Level besser gesagt und ich mag es nicht, weil man hier viel zu viel Damage kassieren muss. Obwohl Schaden und wohl nein. Man kann hier schnell seine Feuerblume verlieren. Nein! Wow! Wow! Und wegen solchen blöden Fehlern kann man hier easy sterben. Leider. Aber okay, zumindest ein paar Zielerfüllungen erfüllt. Das Spiel, nee, jetzt gehen wir in den Spezialkampf, weil auf den habe ich mehr Bock. Ich ändere vielleicht nochmal meinen Ding. Was gibt denn hier so Neues? Was gibt es denn hier so Neues? Vielleicht das hier. Ja. Perfekt. Kann man eigentlich in den Statistiken sehen, wie viele Spiele ich schon gewonnen habe? Siege? Siege als erst platzierte? Was? Ich habe nur elfmal den ersten Platz bekommen? Was? Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Aber ich glaube, die Statistiken lügen nicht. Schade, Marmelade. Aber was soll's? Spezialkampf. Bring mir die Laune zum Platzen oder bring mir Rage. Auf was hofft ihr? Rage oder Laune? Schreibt es in die Kommentare. Hashtag Rage oder Laune. Wird glaube ich passen. So, alle starten mit 100 Münzen. Nein, mit einem Pilz. Und dieses Level ist ein Hammer Bruder Level also nichts wie Abfall kriegen und auf irgendwas hoffen. Pilzi, Pilzi, Pilzi. Dankeschön. Darauf falle ich jetzt nicht drauf. Kommen hier echt nur diese Dinge vor. Endlich mal was Gescheites. So, ich muss nach unten, danke. Danke, danke. Oh shit. Stirb, stirb. Danke. Wo ist der Pilz? Hammer Yes, 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 perfekt. Das ist perfekt, weil damit kann ich ziemlich viele Hammerbrüder vernichten. Und das ist natürlich der Master Skill. Das ist der Master Skill. Jetzt kann ich so oder so viele Gegner verrichten. Und wieso habe ich so schnell schon 400 Sekunden bringen zu dir Hammer Brüder so viel wow what the hell leck mich leck mich so ich triggere für alle Fälle noch eine Blut nein nein das war ein so guter start das war ein so guter start und dann sterbe ich so lächerlich aber was soll's dagegen kann man dagegen kann man jetzt nichts machen meine laune ist scheiße und ich hab kein bock mehr also paar tände danke fürs anschauen liken kommentieren abonnieren keine ahnung was noch tut und wir sehen uns in der nächsten folge spaß natürlich nach so einer kurzen zeit die folge zu beenden wäre schlecht so dieses level hasse ich oder mag ich nicht das war knapp aber was soll so ihr könnt das sterben so steht bei mir alles auf konter ja und der gewinner kriegt hier richtig asche so muss der gewinner ich sein ich will richtig asche kriegen also streng dich an mario und sei bitte nicht dumm so nein das mag ich ganz und gar nicht und das ist die etwas schwierigere version von 1 3 die sich 5 3 nennen aber kein anderen namen hat so und ganz easy ist das hier riecht nach nach diesem dreckigen trampolinen sehr hassen ich was sie hat er gewinnen kriegt hier richtig asche Gönnen wir ihn. Es ist einfach. Ich hoffe, der gewinnt auch fair, ohne Cheats, weil bei Online-Multiplayern gibt es auch viele Cheater. Und das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich weiß noch nicht von alleine, ob es Cheater gibt, aber ich habe von anderen Spielern gehört, dass es viele Cheater gibt. Bei Mario Kart, bei zum Beispiel Sonic Forces Speed Battle. Da gibt es viele Cheater. Und was bin ich für ein Cheater, der nicht mal das schafft? Ich, obwohl, geht es bei Super Mario Maker auch Cheater? Glaub ich eher nicht. Weil da wird man sofort gebannt. Mario Kart 8 Lux. Äh, was kommt noch? Bei diesem Spiel weiß ich es nicht. Puh, Sonic Forces Speed Battle habe ich gehört. Da gibt es viele Cheater. Wer nicht weiß, was Sonic Forces Speed Battle ist, ist es einfach ein... So, was ähnliches wie Sonic Dash. Aber nur ein Rennspiel im Forces Style. So, das ist schon hier etwas besser. So, es sterben viele Gegner. Jej. Obwohl, nicht viele. Es ist nur ein einziger gestorben. Ich hoffe, sie sterben mit viel Geld, damit ich dann am Ende richtig viel Asche in den Hintern rein bekomme. Das wäre geil für mich. Aber für die anderen Spieler nicht. Aber das ist mir egal, denn das hier ist ein Battle Royale-Spiel. Hier hoffe ich mal auf ein Powerblock. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Leck mich einfach nur am Arsch. Ja, jetzt. Ja. Wo ich es nicht brauche. Ich schicke noch einmal für einen Powerblock. Oh. Das ist vielleicht noch besser, wenn man das mit Skill einsetzt und mit viel Risiko. Und mit viel Risiko will ich hier nichts zu tun haben. Also werde ich das nicht benutzen. Wow. What the... What the hell? So, perfekt. Das hier wird brutal hart. Oh. Nein. Oh Gott, bin ich ein Vollidiot. Ach, Facebook. Aber es spielen, glaube ich, viele den Spezialkampf. Weil in manchen Fällen macht er mehr Spaß und ist mehr herausfordernder als der 35-Spieler-Kampf. Weil im 35-Spieler-Kampf kriegt man nur, kriegt man immer, immer nur 1-1. Weil das der einfachste Level für den Beginn ist. Und das meistens kriegt man auch nur 1-2-1-3-1-4. Das war's. Okay. 2-1-2-3. Oder 5-4. Oder 8-4. Und das war's. Und was bin ich für ein... Vollidiot. Und ich bin ein Vollidiot. Hashtag Vollidiot. Hashtag Vollidiot. Nee, Spaß. Das sollst du ja nicht machen. Sonst bin ich sauer. Aber was soll's, was soll's, was soll's. 4-3... Äh... Ach nee. Das ist dieses Bild-Level. Der eine Spieler ist sofort gestorben mit seinen 100 Büchsen, die ich vielleicht kriege. 5-3-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 2000 münzen gewinnen eigentlich ja weil 35 spieler und 35 und jeder hat 100 münzen wenn jeder ein huni verliert dann sind das schon 350 35 aber zum beispiel 2 3 vielleicht auch kann man doch sicher gewinnen vielleicht auch mehr wenn sich mit spieler farben 73 leck mich was mir eigentlich im positiven aspekt hier vorkommt bei diesem spiel das spiel nie leckt auch wenn eine scheiß internetverbindung hat nicht so wie zb super maker 2 vernetztes legen wie es auch genannt wird ja erwartet ein spielerlebnis aber jetzt kommen wir mal von dieser mario maker getrunken unter dieses spiel leckt nie bei mir sind nie lecks vorkommen das finde ich auch sehr super geil weil ein spiel ohne lecks ist sehr geil und twilight princess ohne lecks wäre auch sehr geil wenn nur meine einstellungen nach einem update nicht abgekackt hätten so hier will ich mal das tun und ich bin ein was bin ich ein vollidiot das ist supi denn jetzt kann ich euch easy vernichten springt zu mir mein freund ich helfe hier es steckt viel kohle auf dem spiel welches welches ich habe will deshalb sollte ich mich beeilen und so schnell es geht hier durchkommen weil sonst kriege ich so viel kohle nicht und sie will ich habe meine kohle meine kohle keine hammer brüder schade so drei spieler also keine ahnung wie viel so hier werden jetzt auch nicht tausend hammer brüder warten so geben jetzt danke so ich trüge meine letzte loot box in der hoffnung ein bild zumindest zu kriegen und euch hier zu vernichten gehen wenn ich das hier jetzt gewinnen und wollt ihr wahrscheinlichkeit sehr niedrig ist aber trotzdem die hoffnung ist da und ich habe gewonnen 1200 münzen auf mein konto und meine zweite gold medaille in diesem spiel und dann steigt man schon zwei stufen auf ja schon!!!! la la lin .... mir ist interessant was bedeutend dieser 27 stern es ist vielleicht schon über stufe hundert keine ahnung aber ich bin froh dass ich ein sieger bin und ich will es noch einmal versuchen den sieg hier mitzunehmen den sieg mitzunehmen das war auch glaube ich meine rekord 1200 münzen in das von mir das wird auch wahrscheinlich die letzte die letzte runde sein dann wird diese part hier enden aber morgen wird alles klappt ich war euch schon vor wird noch ein zweiter kommen wenn nicht dann vielleicht montag oder etwas später so hier kann man nichts reißen also wenn ich mal so schnell es geht hier durch und komme noch ein level welchen mal man auch nichts reißen kann aber diesmal mache ich alles hier klug und sterbe nicht lächerlich so so 400 münzen schon so mein konto oder 400 ich sollte da ein bisschen meinen mund zu halten nein 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 so perfekt oh shit 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 nein ich werde auch vielleicht keine loot box zünden das werde ich am ende brauchen what the hell what the hell und noch mal what the hell war das du kommst mal her danke so perfekt oh nein das wird meine ende sein denke ich hoffe ich aber nicht wer hofft sonst schon hier bei so viel cash auf sein ende ich hoffe es nicht und ich hoffe ihr hofft mit mir auch damit ich hier gewinne wenn ja dann hinterlasst ein daumen hier auf dieses video und auf alle meine zukünftigen videos und auf meine vorherigen eine auf meine vorherigen lieber nicht weil dieses scheiße sind es gibt gute aber es gibt auch es gibt gute aber es gibt auch schlechte so loot box mein troin nein Nein! Bis zum nächsten Mal. Also, beende ich mal diesen Part. Also, ihr solltet doch ein Like da lassen, ein Abo da lassen, ein Abo da lassen. Habe ich das jetzt wirklich zweimal gesagt? Ich bin der Vollzeit. Also, ein Like da lassen, ein Abo da lassen, ein positives Kommentar da lassen. Hashtag, ich bin ein Vollidiot, Hashtag, ich bin keine Ahnung was. Ich habe meinen zweiten Sieg und ich bin so mehr oder weniger damit zu spielen. Wir sehen uns morgen oder übermorgen oder keine Ahnung wann bei der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.